Let's go! Folge 9! Jetzt schauen wir doch mal, was unter diesem Geheingang steckt. Ja, Geheingang ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir mal, der Abkürzung. Ja, wie vermutet. Ja, okay, nicht Kokiriwald, sondern die verlorenen Wälder. Aber das ist ja, glaube ich, direkt bei den... Huch! Ah, der Ollenboy! Willkommen! Schön, dich wiederzusehen! Nils, hör mir gut zu! Ja, mach ich. Hier in verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlass dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ah ja, ich erinnere mich. Das ist ein Irrgarten. Man kann hier relativ schnell im Kreis laufen und man muss immer gucken, wo die Musik lauter ist. Hier hört ihr gerade zum Beispiel relativ laute Musik. Jetzt gehe ich mal hier hin. Hm, nicht unbedingt laut. Und hier auch nicht unbedingt laut. Haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Man muss immer halt schauen, wo kommt die Mucke her. Da geht es, glaube ich, auch später zum Zora-See oder so. Zum Hylia-See. Ich weiß nicht. Also hier ist recht laut. Und hier ist leise, ne? Ja. Einfach damit jetzt nochmal zur Demonstration. So. Leise. Oh, laut. Ja. Also hier ist ein Irrgarten. Wir müssen zur heiligen Lichtung. Okay. Ziemlich laut. Wir testen trotzdem. Ja. Passt. Oh, recht laut. Ja. Oh, warte mal. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Vielleicht ein paar Käferchen. Ne. Hätten wir uns schnell in die Flasche stecken können, ne? Die ja jetzt leer ist. Oh. Ja. Das war es anscheinend. Heilige Lichtung. Okay. Oh. Aerobine. Oh. Was ist das? Was ist das denn? Uiuiui. Wolf war das, ne? Ein silberner Wolf. Crazy. Huh. Was passiert denn hier? Ich höre was. So Deku-Schüsse, ne? Was ist hier? Hier ist nichts. Cool, dass die das mit der Vogelperspektive gemacht haben, ne? Ja. Ich kann das noch nicht ganz einordnen, wo die... Aha. Da ist einer. Ach, fuck. Ah, warte mal. Krass, ey. Das in Anfangszeichen bessere Schild ist dann in dem Fall schlechter, weil es diese Schüsse nicht abwehren kann. Crazy. Da müssen wir nochmal das Deku-Schild nehmen. Ah, Mist, das ist... So, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ja. Muss ich ihn schlagen, oder? Ja. Mit dem muss man nicht quatschen, so wie wir es im Deku-Baum ja gemacht haben. Und die muss man tatsächlich schlagen. Drei Schüsse machen die immer und dann pausieren die. Nicht ganz so einfach, dass ich hier gerade... Ja. Einen Schlag braucht der nur. Naja, okay. Geht ja. Aber cool gemacht, dass man nochmal so zwischen den Schilden auch wechseln muss und so. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Ich will mal ganz kurz gucken, was hier ist. Einfach nur Wasser. Okay. Kann man vielleicht später irgendwie runterspringen mal oder so. Eine Abkürzung vielleicht. Oh. Das mache ich aber nicht gut hier gerade. Na, jetzt aber. Was ist hier? Wieder so Wasser. Ah, nee. Diesmal geht es aber weiter. Oh. Der spuckt das noch über uns. Ich frage das, wie lange noch. Ach, wenn man zu nah rangeht. Ah, der gibt wenigstens mal ein Herzchen. Tja, wo gehen wir jetzt lang? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal hier weiter. Wir finden schon den Weg. Okay, das... Ah, hier ist eine Leiter. Ah, hier wären wir auch wahrscheinlich zu uns hier gekommen. Okay. Gehen wir erstmal auf die Leiter, oder? Jetzt die Frage. Gibt es hier oben was Schönes? Oh. Hier gibt es ein Loch. Checken wir mal aus, oder? Ja, ich meine, Entdecker-Modus. Feenbrunnen. Ja, geil. Schaut euch das an. Jetzt schnappen wir uns hier eine Fee, falls wir sterben sollten. Ausrüstung. Nee, Items. Ach, wir haben einen Käfer drin. Was machen wir denn jetzt? Wir holen uns eine Fee, oder? Ja, wir holen uns die Fee. Zack. Dann müssen wir, glaube ich, den Käfer befreien, ne? Nee, auf Y. Käfer lassen wir mal los. So. Dann schnappen wir uns hier eine Fee. Du besitzt jetzt eine Fee. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben, wenn du keine Energie mehr hast. Ja, geilo. Geilo, geilo. Schnell mal die Flasche aus dem Inventar nehmen. Nachher lassen wir ihn auch außer Seen frei. Muss ja nicht sein. Okay, hier war ein Feenbrunnen. Cool, haben wir das auch mal gesehen, wie die hier in Zelda Ocarina of Time aussehen. Ah, jetzt höre ich aber schon. Sind die ganzen Gegner wieder da? Aber hier kann man später eine Abkürzung geben, ne? Okay, cool. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Wo wir eigentlich hin mussten. Oh, da ist noch einer. Na, im Endeffekt doch recht easy zu besiegen, ne? Okay. Oh, das sieht cool aus hier. Was passiert denn hier? Ah, Salia. Cool. Die treffen wir also. Und da oben ist irgendwie... Eingang zu einem Tempel. Okay. Ah, sie zockt ein bisschen Mocke, ja. Okay, cool. Hey, Mäuschen. Ich habe auf dich gewartet, Nils. Dies ist die heilige Lichtung. Mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht. Machst du mir die Freude und spielst mit? Ja, Sigi. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ich hoffe doch. RYX, RYX. Okay. Müssten wir hinkriegen, ne? Schönes Lied, ne? Da freut sie sich. Wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es mir. Willst du meine Stimme hören? Spiel des Adias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Nice. Und wahrscheinlich können wir halt auch den Geronen-Chef, ne? Diesen, wie hieß der nochmal? Schon wieder vergessen, sehen wir ja gleich. Den können wir sicherlich damit auch eine Freude machen. Das haben die uns ja schon, die anderen Geronen uns ja schon verraten. Damit der auch ein bisschen freundlicher draus sein. Und uns wahrscheinlich ganz freiwillig den roten Smaragd ausliefern. Ja, hier kommen wir safe. Irgendwann anders mal hin, ne? Da kommen wir nicht hoch. Gut, dann müssen wir jetzt... Wie finden wir denn jetzt den Weg zurück? Da müssen wir wahrscheinlich... Ob dieser große Stein in diesem Urgarten das markiert hat? Ich hoffe es. Okay, also hier ist auf jeden Fall der Weg zurück, ohne zu kämpfen. Das werden wir natürlich auch in Anspruch nehmen. Zack. An diesen Steinen, wenn man Seldas Wiegenlied spielt, wenn ich das jetzt richtig verstanden letztes Mal, kann man sich immer eine Fee holen. Also das wäre natürlich... Wäre schon geil, ne? So, jetzt ist hier rechts... Oh! Nils! Ich bin's wieder, der Eulenboy! Hat Salia den Elite beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Hältst du die Ocarina mit dem Knopf, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Ich empfehle dir hier eins zu spielen. Muss er ganz kurz nochmal sagen, ja? Ich empfehle dir hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Okay. Ah, okay. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Berühre in diesem Menü das Symbol in der rechten unteren Ecke. Wähle nun das Symbol für eine Melodie aus, um zu sehen, um welche Melodie es sich handelt und wie sie heißt. Ja, wo ist denn das Statusmenü? Auf Select oder was? Sollen wir mal gucken. Dann hätte ich gar nicht googeln müssen, ne? Eben. Select. Ist das das Statusmenü? Aber wir speichern auf jeden Fall mal. Klar, warum nicht? Aber wo ist denn das Statusmenü? Optionen? Hm. Wo soll denn das Statusmenü sein? Da ist es. Okay, hier unten in dem kleinen Touchpad, wie ihr seht, wenn man die Ocarina drückt, dann kann man hier unten rechts auf diese Notenlinien gehen. Dann kann man sich die verschiedenen Lieder anschauen. Es wird noch einige geben, wie wir sehen. Uiuiui. Ja, was zocken wir denn hier für ein Lied? Zocken wir mal Salias Lied hier? Kann ich das auch auswählen? Du spielst es automatisch? Nee. Aber, ah, okay, ich kann spielen und die Noten dabei sehen. Okay, er hat uns empfohlen, hier ein Lied zu spielen. Dann probieren wir es natürlich bei Salias Lied, ne? Haben wir ja gerade gelernt. Würdest du mit Salia sprechen? Ja. Hallo, ich bin Salia. Hörst du mich? Ja. Der Wald ist mit vielen Orten verbunden. Wenn du mein Lied irgendwo hörst, muss es von dort einen Weg hierher gehen. Okay. Wollte der uns das sagen, der Ollenboy? Meint ihr, das wollte er uns sagen? Das wäre ein bisschen... Hm. Das wäre ein bisschen wenig, ne? Aber gut, vielleicht wollte er einfach nur, dass wir Salias Lied mal ausprobieren. Schwer zu sagen. Wir spielen mal die anderen beiden. Einfach nur, weil er gesagt hat, er empfiehlt uns, hier eins zu spielen. Okay, Seldas Wiegenlied ist schon mal Quatsch gewesen. Dann spielen wir nochmal die Hymne der Sonne. Guck mal, das hat ja eigentlich immer nur Einfluss auf Tag und Nacht, ne? Und wir können diese Mumien damit vereisen. Oh! Ach nee. Ja, gut. Also ich glaube, dass, wenn hier der Stein steht, kommen wir zurück nach Geronia, hoffe ich zumindest. Nee. Wollen wir mal jetzt? Ach du Scheiße, ein Kokiri-Wald. Ach du Scheiße. Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklatschen? Nee, oder? Man kann doch hier eine Abkürzung nehmen. Kann mir doch keiner erzählen. Ach du Scheiße. Ach, das ist, glaube ich, das Geheimnis, ne? Von den verlorenen Wäldern. Oh, was ist das nochmal? Was passiert hier nochmal? Mit dem kann ich, glaube ich, Flöte spielen zusammen, ne? Ach, ja. Lass uns was machen. Ach so, ich packe mal die Ocarina aus. Was zocken wir denn mit dem? Salias-Lied? Hm. Probieren wir es mal, ne? Zocken wir mal mit dem. Vielleicht freut er sich auch ein bisschen, ne? Guck mal, wie denn der tanzt. Ach krass. Das war tatsächlich... Ja klar. Du kennst Salias-Lied. Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Ja, nice. Das ist ja schlank. Das war mal ein schlanker Herz-Container. Danke dir. Wie viel haben wir denn schon? Wir müssten langsam auch mal einige haben, ne? Wie sieht das denn aus hier? Ausrüstung? Wo kann man die denn sehen, wie viele man hat? Wie sieht man die hier nirgendwo? Kann nicht sein. Ach, wir haben... Ach, Quatsch. Das war... Guck mal, das war der vierte. Wir haben jetzt fünf Herzen. Geil. Geil, geil, geil. Oh, was ist das? Ach, scheiße. Hier hätten wir einen Käfer reinpacken können für eine Skulltula. Schade, jetzt haben wir eine Fähigkeit. Schade, schade, schade. Ach, guck mal. Hier sind wir aus dem Dorf sozusagen geflüchtet. Jetzt sind wir unter der Brücke. Okay. Oh. Okay, was ist mit dir? Ach so, mit dir muss man quatschen. Hab Gnade. Na klar. Verschone mich. Und ich sorge dafür, dass du von nun an mehr Dekostäbe tragen kannst. Das kostet dich ein 40er. 40 Schuhsäulen? Alles klar, mach mal. Wie viel können wir denn jetzt? 20. Okay, hat er verdoppelt. Ja, okay. Kleines... Oh, da waren noch ein paar Rubinchen. Da waren noch ein paar Rubine. Ich gebe uns 3% Rabatt. Äh, 3 Rubine. 3%. Ja. Okay. Also hier wäre auf jeden Fall noch eine Skulltula gewesen, eine goldene. Wenn wir einen Käfergatt hätten. Okay, können wir uns ja mal merken. Falls wir uns darauf dann erinnern werden. Aber wir haben eiskalt noch einen Herzcontainer abgestorbt. Dabei wollten wir nur die Abkürzung nach Corona finden. Hm. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, also geradeaus. Beziehungsweise jetzt von dieser Richtung aus links. Irre, Jan. Falsch gewesen. Gehen wir hier lang. Was ist das? Was muss er denn hier machen? Das muss man doch bestimmt ab. Das ist eine Zielscheibe, oder? Wir gehen erstmal runter. Was geht hier ab? Hier sind Rubine im Gras. Und hier ist ein beleuchteter... Kann ich hier auch wieder drauf und irgendwie eine Musik spielen? Ach, wieso springe ich denn jetzt weg? Hi, Leute. Was muss ich machen mit euch? Muss ich nochmal Salias Lied zocken? Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Und wir fangen an. Okay. Y, L, A, R. Okay. Okay. Wir lernen auf jeden Fall hier das nächste Lied anscheinend. Oder es ist einfach nur irgendeine Quest. Y, L, A, R, Y, 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 L, A, R, Y. Das hat Spaß gemacht. Ja, war ganz nett. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Ey, wir haben ja auch ganz schön viele Freunde. Einen Rubin? Einen? Das meint ihr nicht ernst. Das ist ein anderer Song, ne? Das ist ein anderer Song als eben. Y, A, R, X. Okay. Y, A, R, X, Y, 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 A, R, X, Y. Okay. Das ist schwer. Ich muss mir nicht nur das merken. Ich muss mir auch die Übersetzung auf die Tastatur merken. Y, A, R, X, Y, L. Weil ich habe die Tastatur, ich habe natürlich die Nintendo-Controller-Tasten, habe ich auf meine Tastatur jetzt gebeindet. Und das ist crazy. Okay, wir haben eine Note mehr gespielt und kriegen ein Fünfer. Na gut. Und da geht noch was. Da geht noch was. L, A, L. Das ist einfach. Nice. L, A, L. Kann man es schon mal gut merken. L, L, R. L, A, L, R. L, A, L, R. In dem Fall Leerzeichen, drei Leerzeichen, shift. L, A, L, R, Y. L, A, L, R, Y. Die 5. Den Numpad. L, A, L, R, Y, X. Okay. L, A, L, R, Y, X. L, A, L, R, Y, X. Noch eins? Okay. L, A, L, R, Y, X, A. Okay. L, A, L, R, Y, X, A. L, A, L, R, Y, X, A. Noch eins? Oh, noch eins. Jetzt wird es interessant. Okay. L, A, L, R, Y, A, L, R, Y, X, A, X. L, A, L, R, Y, X, A, X. Fuck ey, das ist ziemlich kompliziert, weil die Buchstaben ja andere sind als auf einer Tastatur. Ich muss mir also merken, welche Tasten das waren und welche das auf einer Tastatur sind. Okay, ich kriege mal hin. Einmal kurz ohne reden. Hier ist Absalon X. Einmal kurz zwischen den D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Hier ist Absalon X. Und jetzt kommt die Neu-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Dann wird es kalt. Jetzt ist es noch ein Mal. Jetzt wird es einmal auf einer Tastatur. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gibt es nicht. Leute, was ist mit meinem Gehirn? Okay, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich noch brauche. Es ist tatsächlich mega kompliziert, wie ich gerade erklärt habe, dieses Umdenken auch auf die Zastatur. Ich mache einen kurzen Schnitt, bis ich es geschafft habe, wie peinlich. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis dieses Rätsels im Endeffekt. Jo, Freunde, also, ich habe es Gott sei Dank im nächsten Versuch geschafft, aber es war schon eine harte Konzentration nötig. Hat übrigens Spaß gemacht, meinen Sie? Jetzt gegen Ende, weiß ich nicht. Mal gucken, was wir jetzt als Beweis der Freundschaft kriegen. Aha, du hast vier Teile gesammelt. Achso, hast du vier gesammelt, wird die Energieleistung erhöht. Jawohl, hat sich zumindestens gelohnt. Können wir stolz drauf sein. Haben wir doch noch geschafft. Und jetzt... Ah, hier sehen wir es. Okay. Da, ein Viertelherz. Okay, abgemacht. Das ist in Ordnung. Hat ein bisschen Gehirnschmalz eingefordert. Aber ich wollte ja noch mal schauen, hier diese komische Zielscheibe hier. Da wollte ich auch mal drauf ballern. Das ist doch bestimmt auch irgendwie... So, 100. Aha. 100, 100. Mit 300 Punkten erwecken wir ihn zum Leben, ja. Fantastisch, du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent sollte nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm das. Okay. Wow. Okay. Leicht. Was ist das? Munitionstasche. Du kannst jetzt 50 Dekoterne... Leute, wir haben jetzt 50 Schüsse hier mit der Feenschleuder. Schlank. Das ist ja mega. Ah, fuck. Und in der Sackgasse gelatscht. Das ist ja geil. Ey, du... Wir haben voll die geilen Sachen hier im verlorenen Wald gefunden, ne? Klar, wir haben ja den Song von Salia gekriegt. Logisch, den brauchten wir halt auch, um weiterzukommen in der Mainstory. Und das ist höchstwahrscheinlich der Shortcut. Also die Abkürzung. Perfekt. Dann haben wir zwei Herzteile bekommen. Wodurch wir jetzt auf fünf Herzen hoch sind. Eine Munitionstasche. Ein paar Rubinchen. Hammer. Eine Fee in der Bottle. Ein Genie in der Bottle. Also... Wenn sich das nicht gelohnt hat... Hammer. Dann machen wir doch Folgendes. Dann haben wir sozusagen als Kapitel für die Folge 9... ...die verlorenen Wälder. Können wir da schön nehmen. Das passt doch gut. Das war ja auch cool. Wir haben gegen den Wolf gekämpft und so. Wir haben viele Sachen gefunden. Und wenn wir jetzt Sarias' Lied vor dem Gerudo-Boss hier, äh... ...Goronia-Boss spielen. Wie er sich dann freut, das sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Bis gleich. Dann werden wir gleich...